Hier hinten liegt noch jemand. Jetzt können wir das einsammeln, was wir sollen. Hier oben ist Loot? Sooo. So, Auto haben wir. Ist das Zeug jetzt hier noch drin? Hast du mal geguckt? Endlich. Ich glaube, wir werden gleich verfolgt, oder? Und? Das ist mal ein Auto, oder? Traumwagen. Kein Wunder, dass du ihn zurück wolltest. Meine bessere Hälfte. Siehst du, hat auch ohne Mitch und Scorpion geklappt. Hör zu, Vi. Es ist noch nicht vorbei. Ach nein? Du hast doch die Ware und dein Auto. Aber nicht Nash. Er war nicht in Rocky Ridge. Das Arschloch hat sich nicht blicken lassen. Erst mal was trinken, Chat. Wie? Panam. Hör zu. Ich hab nen Plan. Ist mir egal. Wir wollten das Auto und die Ware zurückholen. Das haben wir gemacht. Sixth Street wartet auf ne Nachricht und ich... einfach zu verdammt nochmal. Ich weiß, wo ihr dreckiges Versteck ist. Wir nehmen den alten, unfertigen Freeway. Sie werden nicht mit uns rechnen. Das weiß ich genau. Lass uns erst den Deal mit Sixth Street abschließen. Wir reden später über Nash. Später? Wann? Nachdem er von unserer Aktion in Rocky Ridge gehört hat? Jetzt können wir ihn noch überraschen. Du willst jetzt die Ruffen Basis stürzen? Mit der Ware unterm Arm, die wir gerade erst zurückgeholt haben? Der Ware passiert nichts. Wie? Ich muss das einfach machen. Verstehst du? Okay. Vielleicht brauchen wir ein paar Namen später nochmal. Was ist los mit dir? Okay. Wo ist dieses Versteck? Nur ein Steinwurf von hier. Wir brauchen Freunde vielleicht. Danke dir, was Nash getan hat. Ich hab ihm vertraut. Er war der erste Typ, mit dem ich gearbeitet hab, nachdem ich die Aldecaldus verlassen hab und nach Night City gekommen bin. Ich hab ihm wirklich vertraut. Ich versteh dich. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich wurde auch mal von jemandem betrogen. Genau so. Hast du dich gerecht? Hatte keine Gelegenheit. Mir kam jemand zuvor. Aber wenn du sie gehabt hättest, hättest du's getan? Weißt du, wenn ich etwas in Night City gelernt hab, dann das Rache manchmal alles andere als süß ist. Du kannst dabei immer mehr verlieren als gewinnen. Ich halte mich nicht an Spielregeln. Das merke ich. Bist du bereit? Ernsthaft? Ein Tunnel? Holen wir ihn uns. Was, wenn jetzt hier hinten zu ist? Oder du irgendwo dagegen fährst. Das war irgendwie seltsam. Was denn, Arschloch? Ich seh deinen kleinen Arsch! Die Schrotflinte macht tatsächlich auch gut Schaden. Nein, das war nicht so schlecht. Ich halte auch nicht auf Distanz. Das ist halt, ne? Oh. Da sind ja noch mehr. Moment! Wir haben eine ziemlich böse Sprache. Hier kriegt mich der Sniper erstmal nicht. Der da oben spluscht. Wo schießen die hin die ganze Zeit? Hier, den treffe ich einfach nicht. Der hat sich geheilt? Nicht jetzt? Der hat sich geheilt? Der hat sich geheilt? Wo er eigentlich immer noch nichtrahlt? Ich lege ein bisschen nicht mehr. Ich lege es nach. Ich lege ein bisschen mehr. Ich lege es nicht. Ich lege es runter. Ich lege es noch nicht daran. Ich lege es doch nicht. Ich lege es nicht an. Ich lege es noch auf. Der Netrunner hat uns im Visier! Ja, das Problem ist, der hat mich hier auch im Visier. Ich warte kurz, bis meine Optik wieder funktioniert. Man muss diese Positionen übernehmen! Woohoo! Woohoo! Er hat erst mal gebrannt. Der heilt sich! Ich hab halt wieder keine Muni hier. Scharfschütze müsste eigentlich Rips sein. Nice. Jetzt haben wir gleich einen Waffenglitch. Hallo Julia! Schönen guten Abend. Ich hoffe, es geht dir gut. Okay, wir warten bis der Waffenglitch durch ist. Also beide überhitzen. Ich hab' ich das vermisst! Wir sind erledigt! Wir sind erledigt! Ach, das war der Netrunner. Ja. Also wir haben noch... Ich weiß nicht wo genau. Da ist noch irgendwer. AchAU! Ich hab' ihn nicht geschlossen, die Mannschaft. Ich hab' ihn nicht geschlossen. Ja. Oh, was ist der? Und ich hab' ihn nicht geschlossen. Ich hab' ihn nicht geschlossen. Okay, und dann ist da oben noch wer. Ich habe gerade nicht genügend Speicherpunkte. Da oben ist auch noch einer. Du brennst erst mal. Der heilt sich. Du das nicht. Ja, da ist auch noch einer. So markieren. Ja, die springen immer so vor das Fenster. Ich treffe den gar nicht, weil der... Was macht der? Der springt so. Draft ihr das? Ah, perfekte Scheiße! Was ist das für einer? Ist das so ein Psycho? Ich habe ja mal gegen einen so ein Cyberpsycho gekämpft und der ist auch so hin und her gesprungen. Mach ich dem überhaupt Schaden? Zeig dich! Glaub nicht! Ja, wenn ich genügend Speicherpunkte habe, hier, frisst das. Hier, viel fehlt nicht mehr. Aber ich treffe ihn nicht! Ich kann halt so ... Warte, da ist immer noch ein roter Punkt. Da ist immer noch ein roter Punkt auf der Map. Aber wo? Wo? Uh, da! Ah! Ich möchte überhitzen ... spielen. Darf ich? Okay. Na? Zufrieden? Hey, ich bleib dabei! Ich bin auch nicht gestorben! Äh ... Hier ... Hier komm ich nicht rum. Erstmal alles looten. Warte, wo liegt hier noch wer? Hier. Hallo? Erzähl, wie Berlin war. Ich erzähle. Ähm ... Ich merke, dass ich alt werde. Denn tatsächlich war ich super groggy. Also ich war ja nur zwei Tage in Berlin. Bin Samstag hingefahren und Sonntag ja wieder zurück. Geh noch weiter looten. Und ... Bis auf die Zugfahrt 10. Die war ein bisschen nervig hin und zurück. War ... Also ... war cool. Ich war jetzt ... Ich weiß nicht, das wievielte Mal. Fünfte, sechste Mal in Berlin. Ähm ... Also hab da auch schon alles Mögliche gesehen. Was man als Turi halt so sieht. Ähm ... Hotel war ganz cool. Wie sagtest du noch mal? Ich soll meine Probleme und meinen Scheiß selbst erledigen? Und das Konzert war ... Ein Stück Scheiße weniger. Zufrieden? War super besonders. Ich kann euch dann mal ein Bild zeigen. Das war ja im ... Das war ja im Theater des Westens in Berlin. Und ... Ich denke, viele von euch wissen ja auch. Ich hab ja auch selber im Theater mal gearbeitet. Und ich mag Theater. Somit fand ich das ... Ist jetzt ernsthaft die Waffe hier unter dem Auto und ich kann sie nicht looten. Cool. Ähm ... Und das war halt was sehr besonderes dann im Theater des Westens. Und ... Ja, ich zähl euch gleich mal ein Foto. Ich hatte ... Sitzplatz technisch nicht ... Das allergrößte Glück ... Ach, hier liegt was. Aber ... Hier ist immer noch grün. Ist das Auto mein Loot? Oder was ist hier grün? Ähm ... Es war schön. Da war was ganz besonderes auf jeden Fall. Ich hab die Band ja nun schon ... Ich weiß nicht wie oft gesehen. Lass es 20 mal sein. Ähm ... Und so war es halt wirklich so ... Mal was ganz anderes. Also richtig cool. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Würde ich immer wieder machen. Ähm ... Äh ... Ja. Eine Freundin von dir war auch da. War sie Nachmittag oder Abends bei dem Konzert? Wir haben ja zwei gemacht. 15 und 20 Uhr. Das ist mir neu. War es dir neu, Nico? Mich nervt das gerade. Hier liegt einer drunter. Aber ich kann den nicht looten. Wie kann denn hier einer drunter liegen? Hallo? Hm. Ich glaub abends ... Es war auch abends tatsächlich. Aber ... Ich fand das so krass, weil ... Ich hab mal gegoogelt. In das Theater des Westens passen 1700 Menschen. Und wenn man die draußen hat stehen sehen, waren das so viele. Aber eigentlich sind 1700 Menschen so gesehen nicht viel. Im Vergleich zu ... Anderen Konzerten, die die so gespielt haben und wo ich war. Aber es war irgendwie trotzdem so ... Ich weiß auch nicht. Es war so viel, aber gleichzeitig so wenig. Macht das irgendwie Sinn? Ich speicher mal kurz. Vielleicht ganz gut, dass wir nach knapp zwei Stunden mal speichern. Bei Five Guys war ich auch einmal, war nicht so überzeugt. Ich tatsächlich auch nicht. Also ... Es war durch Zufall, dass ich Five Guys dort gesehen hab. Und dann dachte ich mir, naja, gut komm, wenn du schon mal da bist, gehst du mal bei Five Guys was essen. Ich hab auch nur einen Burger und eine Cola genommen. Also ... Ich wollte jetzt nicht unbedingt auch noch Pommes oder irgendwas dazu. Und ich kann jetzt sagen, ich hab mal bei Five Guys was gegessen. Aber ... Muss ich jetzt nicht nochmal machen. Weil es halt auch einfach teuer ist. ... Aber ich war mal da. Heißt das Spielzimmer 1404 mit Jimmy? Ne, das heißt irgendwie anders. Ich komm nicht drauf. Eine halbe Kupfermünze, ja. Ah, das ist ein Film. Okay. Ne, ich weiß nicht, wie das Spiel heißt. Auf jeden Fall bist du da in so einem Hotel. Und irgendwas musst du in diesem Hotel machen. Aber du wirst quasi ... ... nicht verfolgt von so einem Dude. Aber du musst dich halt irgendwie vor ihm verstecken und so. Ach, keine Ahnung. Daran hat mich das erinnert. Hab's zwar selber nie gespielt, aber ... Gut. Und? Und? Fühlst du dich besser? Vielleicht ein bisschen. Lass uns verschwinden. Was für ein Spielstil? Also eigentlich denke ich mir jedes Mal zu Beginn einer Mission ... Ach komm, mach mal leise. Aber dann sind das so viele Gegner und dann schieße ich halt einfach los. Also ich bin tatsächlich doch eher der Hau drauf Mensch. Wenn ich ehrlich bin. Sneaky geht auch mal. Ich bin überladen. Aber ... Ja, sagen wir mal ... 95% aller Fälle schieße ich einfach drauf los. Und tatsächlich muss ich sagen, das ist in dem Spiel hier auch echt angenehm. Also ich spiele halt auf normaler Schwierigkeit. Und bis jetzt ist noch nichts Schlimmes passiert. Also ich habe das immer relativ gut hinbekommen. Ich bin noch nie gestorben. Ich bin sehr stolz darauf. Ich möchte das auch alle 5 Minuten wiederholen. Oh, hier liegt noch Splitter. Also ja.